W.A.S.D. LOL Lockt da eiskalt Tolles Opfer Ich mach die ganze Zeit blocken Wenn du die engsten Schuhe entlockst Das geht nicht Ich kann blocken Ich bin direkt in dem Ding da gelebt Du bist endlich Du bist endlich Mit blocken musst du das machen, ne? Ja Kontrollproblem Hä? Wo ist der Kontroll? Ach so, da Du bist jetzt nicht zu besiehen Du bist jetzt nicht zu besiehen genau Du bist jetzt nicht zu besiehen Du bist jetzt nicht zu besiehen Oh, das ist aber schlecht Ja, das kann ich auch Ja, das kann ich auch Ich weiß nicht wo 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 Ja geil Was haben wir jetzt gemacht? Bitte Stürmer Ich bin sicher Ja genau Gehaut! Ja, eigentlich stirbt der Typ. Er ist verschwunden. Sie liegt aber nicht vernichtet. Piepen außer Kontrolle. Genau, wie sollt mich Hocken denn nicht bringen? Ich hatte gehofft, er war schon ein Bach. Ich habe gestorben. Können wir jetzt die ganze Geschichte? Haben wir jetzt gewonnen? Ist das Spiel zu Ende? Spiel zu Ende, das wäre vorbei. Wir fangen einfach mal in Liebe. Ja, nur mal Terraria. Die Macht, der Schild, alles hier. Ich weiß, dass wir alles von neu anbauen müssen. Oh, neu ein Boss! Aber ich glaube, das letzte Kampf. Ja, aber zwei Bosses. Also, ich war keine Sporten. Das könnte ich jetzt tun. Das könnte ich jetzt tun. Cool Test, da kommt alles, ja. Oh, ihr liebt mich jeden Moment vorüber. Wir haben einen Korrektuchen, oder? Wir haben einen Korrektuchen. Wir haben einen Korrektuchen. Der Arsch... Wir haben einen Korrektран. Wir müssen uns wieder zurück. Wir müssen das auch wieder zurücknehmen. Wir müssen das auch wieder zurücknehmen. Wir müssen die Autorern dabei sein. Ihr seid blöd, ihr werdet am Leben abschauen. Einfach blocken, ne? Das war richtig. Du blockst und dann schu... Ich block die ganze Zeit. Ja, kaum blocken, ne? Ja, wir machen ihn jetzt tot. Mit den Ruinen, die du die ganze Zeit ablachtest. Ah ja, stimmt. Er soll da sein. Ja! Ach so, wir mussten die Ruinen sagen. Die du die ganze Zeit ablachtest. Ah ja, er ist die Frau, du. Wo war ich so? Ah, eine alte Backkarte! Ah, ich kann das ein bisschen abwehren. Ja. Ich hab mich schon mit dem Laser-Ding zu killen. Nein! Das ist viel zu dumm dafür! Warte mal, wir können auch blocken. Warte mal, wir können auch blocken. Oh Gott, hat der rot zu viel! Zum Sequenz eingeleitet, wow! Und diesmal töten ihn, wirklich! Toll! Ich bin im Arm! Irgendwas müssen wir mit diesen Dingern machen! Hör doch nicht so aus! Du wirst da unten zerspülen! Wieso gerne? Wir können da reden! Du kannst hier! Ich weiß, was hat die Glocke? Ja, da hinten! Oh! Oh! Oh, fein! Ich verstehe das Ding! Ich verstehe das Ding! Wir müssen mit dem Türchen da den Schub wegmachen und dann die Raketen ihn abklauen! Probiert? Ja! Guck, wir müssen so ein scheiß Dummchen ihn abklauen! Die ihn abklauen! Und der dritte... Ich habe es nicht fassen! Das war fein, die mussten gar keine! Nee... Wieso? Ja, du willst! Ja! Du kannst du es ganz oft auch nicht fassen! Bei dir? Die leuter bin, dass du den dann nicht fassen musst! Ja! Euerann... Du bist doch nicht fassen! Ich werde euch, du! Du hast dich zu machen! Leute... und 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 ja vergründe und 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 wofür Was sollst du denn nicht machen? Ne, wenn wir ihn abtapfen, kriegt er schon Leben weg. Oh, cool. So. Du musst den Mund tapfen. Ist ja nicht zu schwer, außer wenn du schielst. Wer schielt? Der ist gleich tot, aber der tölt immer weiter weg. Aber ich bin immer wieder weg. Oh, er hat einfach gar nichts mehr. Er hat einfach gar nichts mehr. Er ist weg. Bitte stirb endlich, ich wollte dich nicht mehr. Ja, er ist weg, er ist tot. Ihr habt zu verloren. Ja, cool, logisch, ne? Weißt du, ich glaub der ist tot. Jetzt gucken wir mal, wie der hoch geht. Ich hoffe, die Senatoren und Obi-Wan sind entkommen. Sie hatten... Oh Mann. Danke schön. Oh Mann. Ja, oh Mann. Wir sind wirklich alle 80 Zuschauer. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Ein Video hat zu 80 Zuschauer. Ein Video hat zu 80 Zuschauer. Ein Video hat mir ein Tast von 100. Bei dir. Oh Gott. Na, na, verparte ne. Wer guckt an die Schu... er ist dabei scheiß ich bin der das spiel der zählte ist und so viel ein Teil zweimal Epic nicht mehr auf das Spiel ja wenn du jetzt noch auf das spielst zu Bethlehem 3 vielleicht sonst echt geil mit Bethlehem 3 oder so gucken ich bin das Verschüsse aber Gott Alicum Los Snips geil ich kann Pflege hier hier und hier hier ich kann auffliegen hab ich da oben mal also wir dürfen da nicht reingehen wir dürfen da nicht rein gehen wir können mal so neu fahren wir sind nicht in diese Laser und nicht da rein ACHTUNG Alter was ist das hier für eine Todesspuff da Ich weiß so was hilft was hilft Was ist das hier für eine Todesspuff du musst auf Leertaste spielen ja genau also ich hab wirklich die Leertexte Leertexte pass auf die Leertexte Lass mich nicht mehr. Wir sind fast draußen. Nein! Wir haben es geschafft. Nein! Ah! Logisch ist es nicht mehr. Oh Alter ist da voll in mein Schock da reingefahren. Ich glaube ich kann die Twilight sehen. Ich blüff die ganze Zeit auf Gas und was passiert? Ich blüff einfach nur auf den Pfeil nach vorne. Boah, das war ein schwieriges Level. Ach so, Schwer. Hä? Trine? Genau. Oh ja, Neutral. Wow, wir haben das Spiel durchgemacht. Also, das Spiel hatte so geile Story. Ich kann es nicht glauben. Und die sollte dann auf so einen Schlüssel kommen, oder? Ja, aber nein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was ist mit dem Schiff? Die Stabilisatoren! 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 So jeden Tag schau'n! Vielen Dank.